Schlagerboom-Chaos. Wie ORF seine Zuschauer täuschte. Was die ORF-Zuschauer gar nicht mitbekommen haben, beim Schlagerboom aus Kitzbühel, Tirol, handelte es sich um eine Aufzeichnung. Florian Silbereisen lud wieder einmal zum Schlagerboom-Open-Air zum Jubiläum in die Gamsstadt, und die Schlagerstars kamen. Mit jeder Menge Hits und gute Laune im Gepäck. Nur was die ORF-Zuschauer am Samstag nicht mitbekamen, bei der Show handelte es sich um eine Aufzeichnung. Unwetter schwemmt Schlagerboom fort. Die Gästeliste war hochkarittig und vor allem vielseitig. Von Reinhard Fendrich über Melissa Naschenweng, Kabarettistin Monika Grober, Andrea Berg bis zu ESC-Gewinner Jürgen Olsen. Selbst der kurzfristige Ausfall von Howard Carpendale wurde mit Maite Kelly souverän kaschiert. Kurzum Die Organisatoren des Schlagerboom haben im Vorfeld wieder alles getan, um die Zielgruppe bestmöglich zu bedienen. Nur eines konnten sie dieses Mal, auch, nicht, Schönwetter zaubern. Wenn ich hier hoch schaue zum Himmel, muss ich sagen, Gott muss ein Schlagerfeen sein. Weißblauer Himmel über Kitzbühel, ist das schön, rief ein verzückter Silbereisen noch bei der öffentlichen Generalprobe am Freitag. Doch scheinbar ist man an oberster Stelle wohl binnen 24 Stunden ein wenig vom Glauben abgefallen. Denn am Samstag, kurz bevor die Live-Show starten sollte, begann es plötzlich heftig zu gewittern und wie aus Eimern zu schütten. Absage Dass es ab und an auf andersrum gehen kann, hat die diesjährige Star-Nacht am Neusittlersee bewiesen. Während die Generalprobe wegen eines plötzlichen Wolkenbruchs kurzfristig unterbrochen werden musste, heute hat berichtet, klappte die eigentliche Show am Samstag dann wie am Schnürchen.